Ich will nicht Wo sind wir jetzt? Oh nein, jetzt haben wir jetzt so Kostüme! Wo sind unsere Kostüme hin? Echt jetzt, I mean look over there Ach du Kacke Verlieren, haben wir jetzt echt unsere Zauber verloren, unsere Klamotten? Unser Kostüme? Ja, ja, ja Ja, ja Ich will helfen, aah Ja, 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 war wohl schön Oh man, jetzt haben wir echt, oh Gott So ein scheiß Kostüm Hör mal, wir sind immer noch unser Kostüm Kann man nicht raus Syncable Impulse Blaster You break a hole to find Oh Gott, wir haben keinen Kostüme mehr Orbital Battle Battle Base Was? Watch episode signs Sorry Ich komm nicht raus, man Kann ich nicht hauen? Hä? Äh? Achja Jetzt ist er Zeug vorbei Loll Das ist ein riesengroßer Freizeitpark Ach du Kacke Oh Gott, wir werden das Spiel nicht fertig Serious to the events against this monster Come on guys We have to get your wheel Jetzt haben wir keine Kostüme mehr, das ist natürlich jetzt richtig für'n Arsch Lass uns am Anfang mal gleich in die Scheune reingucken Bestimmt ist in der Scheune irgendwas drin, was sonst nützig sein könnte Ist der vielleicht die Vogelscheute? Nein Ahja Heavy Let's take a break Heavy KitKat Okay Willst du meine Kostüme wiederholen oder wie? Ah, jetzt lassen wir überspringen ja 16 also Oh Gott Ich hab' noch so viele Missionen Hm Vo- Warte mal Das sind Vögel Vogelscheuche Ich muss die Vogelscheuche wehren Ich muss die Vogelscheuche wehren Ich muss die Vogelscheuche wehren Da hinten ist sie Ist das? Ne das ist sie nicht Das ist ne andere Vogelscheuche Wir müssen die Vogelscheuche wehren Müssen wir die erschrecken oder Da sind bestimmt unsere anderen Kostüme Ob sie davon bestimmt nicht gesehen werden Soll bestimmt aufpassen beim Laufen Zack zack Es ist voll behindert, wenn man nicht kämpfen kann so richtig Ich hab dich Zack zack Oh da ist was am speichern Ich hab dich Oh Ich wollte dich nicht schlagen aber hey ich hab dich Karneval Click Will ich echt zum Karneval? Naja komm Warte nicht Brauch ich ein Ticket Ich weiß Jo wir gehen mal hier runter Und quatschen mit dem Typ Wir brauchen ein Vogelscheuche Kostüm Um unsere anderen Kostüme zu kriegen Yeah Zu krieiiiigen Oh man ich hau die immer Habe ich die Karte schon? Natürlich nicht Was ist mit dir kleiner? Willst du uns helfen? Nicht? Was Pech Es bleiben man So wieder eine gefunden Drei von sechs Bin mal gespannt was ich hier kriege Wenn ich jetzt mal wieder alle habe Ich will bisschen mehr zum Candy haben Oh Irgendwas fiepte jämmerlich In dem Game In dem Level hier Alter sicker Was muss ich auch hier hoch? Ist das ein Zeichen? Vielleicht ruft mich was Die Kiste ruft mich Voller Candy Ja Mir gehts nicht weiter Oh man ist das nervig So Zack 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 Was ist mit dir? Gib mir ein Eis Oder was? Ein bisschen Frittenbude Oh Gott was? Frittenkostüme Ich habe ein Frittenkostüm Ich kann leuchten wie eine Fritte Warum? Warte Ich Oh Gott Really? Ich kann leuchten wie eine Fritte? Alter Ah das sind ja die Häuser Stimmt ja Hör was? Wir dürfen es nicht riskieren Wir brauchen was unserer Rüstung Du dummes Hau Ich will ein Frisch Ich will ein Frisch Ich will ein Frisch Was für ein Scheiß Was soll ich die jetzt hinbringen? Muss ich die Keller spüren? Lalalalalalalalalalalalalala Wie komme ich denn da? Hallo Oh Mensch Immer noch Candys Ich mag keine Candys Mann Komm mit Du bist doch ein kleiner Bub hier Komm mit Du musst dich bestimmt zum Frittenladen bringen jetzt Oh Oh Gott echt jetzt Und irgendwo die Frittenbude Oh Gott ich muss echt alle 3 hinbringen Ach du Kacke ist das nervig Na dann machen wir das mal Nebenbei Haben wir was anderes zu tun So irgendwelche fressende Kinder mitnehmen hier Komm mit Ich rieche nach Pommes und Fritten Ich rieche nach Pommes Fritz Hier hast du das zweite Kind Und das dritte kommt zu gleich Yeah Zumus aber erstmal die Kiste hier, so, schlagen wir mal zusammen hier, zack, zumus die Kiste hier noch Weil da Kenntys drin sind, die wir unbedingt brauchen, neigt, neigt, nicht, meinte ich, nicht, nicht neigt So, du kommst mit mir mit, voll die Gemisch, voll die Gemisch, hm, dann hab ich trotzdem keinen Plan, wo ich danach hin muss Hm, dann bring das mal weg Freistand ist awesome I really taste the ticket, oh god Let's get the costume back from the monster Jetzt noch mal zum Karneval, oh god, muss noch Kostüme zurückholen So, klick Ja, mein Hä? Ich hab schon gesehen, ja, Lothar, Karneval, ja Hä? Hä? Was muss ich jetzt machen? Braucht man Kostüm? Ähm Okay Hm Ich muss ja mich weglocken, ach so, okay Komm mal her Komm mal her, mein Lord Zack Komm mal her Hey, war er mit mir? Komm zu mir I love you You love me Love my people Love my people Ja, und natürlich rutscht sie da runter Ja, haben unsere Kostüme zurück Okay, diese Frittenbude Ich weiß nicht, ob die wirklich zum Kämpfen geeignet ist Ich nehm, wenn die Empfehle bei uns war Wir probieren es mal Aber bevor wir zum Karneval gehen Gehen wir nochmal da runter Und machen erst mal schnell die Häuser weg Also, jetzt lassen wir die ganzen Kostüme wieder wechseln Er wird wieder Ich dachte, der Roboter Und sie wird die Freiheitsstatue Und ai geht vorbei fishes in dernde Sein ślte ähn pin guarding Kirson 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 Kirson